Wenn man einen Schritt rauskommt, dann geht man einfach um den Schlüpfen. Wenn man geht, dann merkt man unten... Ja, ja, ja. ...machst du ganz rückwärts? Ja, ja. Bei uns hat die Einde-Rückenprobleme, oder? Und das ist eigentlich meine Angst, oder? Klar, Post ist auch immer das, was das Ziel ist. Scheisse, ich habe mich immer immer verschissen. Ist ja überall was rein? Ja, überall. Egal, dabei ist kein Marktmacht. Irgendetwas, wo man anfangen kann. Einige Schafe viel verdienen. Ja, weisst du nichts? Nicht wirklich. Kannst du von Nacht putzen, in den Blindenheim? Nachtputzen, in den Blindenheim? Das wäre gut. Aber wir sehen einfach, dass die Betreuer auch noch selber Blinden sind. Ja, egal, du verlegst es. Dann machen wir mal ein Programm einstudieren. Und du bist dann die Sekretärin, damit wir den Telefon abnehmen. Ja, aber... Geil da. Ja, dann musst du nur Telefon. Au, auf einer� appliance. Tut da! Alles klar!